Ein herzliches Willkommen zu Bodycam. Ich freue mich drauf. Das Game ist jetzt vor ein paar Tagen rausgekommen. Vor drei Tagen, glaube ich, um 1 Uhr nachts. Ich habe es schon ein bisschen angespielt. Allerdings auch nur eine Map, glaube ich, so eine Haus-Map. Das ist ein hyperrealistischer Shooter für die Leute, die es nicht wissen. Aber ihr werdet es gleich selbst sehen. Und so, jetzt. Das ist dieser Shooter. Für Leute, die meine Specs wissen wollen, wir haben eine 40-80 Super. Ja, das sieht richtig krass aus. Also wirklich, gönnt euch das. Das ist so krank. Alter. Es kann sein, dass ich gleich einmal... Okay, den haben wir. Es kann sein, dass sich die Grafik gerade einmal resettet hat. Das merke ich gerade schon. Ich hatte dieses FSR aus. Und damit hatte ich überraschend 80-90 FPS. Aber ich glaube, das ist was für an. Ich weiß es aber nicht. Ich muss das Game eventuell ein bisschen leiser machen. Weil die Schüsse sind so laut. Oh, shit. Da bin ich tot. Genau, sind wir hier so eine Drohne zum Beispiel. Hier ist jemand. Oh, ja. Man darf nicht gegen Wände fliegen. Okay, I'm connected. Das ist richtig cool. Ich erkläre euch das mal hier so. Wenn ich ziele mit der Maus, muss man dann so steuern. Das ist ziemlich... Das ist eine Pistole. Auch richtig cool. Also es kann sein, dass ich gleich noch mal den Sound lauter mache. Es gibt auch Granaten. Aber sonst ist der Waffensound einfach viel zu laut. Das ist das Problem. Boah, das ist so geil. Da, 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 da. Oh Gott. Ich hab komplett verzogen. Ja. Mir macht sowas richtig Spaß. Ja, ich muss gleich mal dringend die andere Dings nehmen. Einmal in den Grafik anstellen. Guck mal, nicht. Das Game für eventuell lauter machen. Ich weiß es aber nicht. Gut. Ja, haben wir auch eine Eier. Okay, das war... Boah, das sieht so... Boah, das sieht so krank aus. Wir stürmen durch. Wir stürmen durch. Boah, das ist so cool. Das Game wird von einem 20-Jährigen und 17-Jährigen programmiert, gemacht. Boah, das ist richtig cool. Also wirklich, ich find's... Ich hab nur halt diese eine Host-Map gespielt, aber die Map ist ja richtig krass. Äh, Leute, wo sind unsere Teammates? Kann das sein, dass hier alle tot sind? Ich glaub. Da ist er da. Okay. Nein, nicht Licht am Waren. Bist du dumm? Oh. Okay. Das ist richtig... Alter. Okay, der ist da hinten. Weiter. Gott. Also, ihr habt da noch Glück, sag ich mal. Weil ihr seht, das ist ein bisschen anders. Ich hab HDR und das ist ein bisschen dunkler. Ähm. Aber... Die Schattierung ist auch richtig cool. Oh. Okay. Gucken wir mal. Wir gehen hier durch. Gucken wir mal. Das ist... Das ist spannend. Man sieht halt nur nichts. Ist das Ding irgendwie... Ist das so richtig rauschig. Hä? Der war doch komplett woanders. Alles klar. Okay. So. Was haben wir jetzt? Oh, hä? Nee, oder? Wir haben eine Pump. Ach du Scheiße. Wollen wir aber nicht... Oh. Der geht mit Pump in Fernkampf, oder wie? Wir halten ihn in Schach und dann gehen wir so rum. Perfekt. Tada. So muss das. So muss das. Das haben wir... Ach, Scheiße. Okay, das geht. Okay. Nee, FK ist das, glaube ich, ne? Ja, kann sein, dass es eine FK ist. Ja, doch. Das ist völlig in Ordnung. Hauptsache, die hatten wir dort wie sie oder so. Wieso ist er nicht rückwärts gegangen? Oh mein Gott. Okay. Ja, okay, I'm connected. Ach so, jetzt gucken wir nur dazu. Oh, das ist ja blöd. So, wir wechseln mal einmal die Map. So, wir haben einmal die Map geswitcht. Oh, das ist jetzt aber interessant. Ja, ich habe natürlich... Wow. Wie habe ich das denn jetzt hinbekommen? Digga, also das ist jetzt... Das Game ist schon geendet. Perfekt. So, wir haben nochmal das... Oh, das Haus meine ich. Alter, das sieht so geil aus. Wir haben nur ne Pistole. No. Das Digga. Okay. Okay. Troller. Boah, Alter, sieht das geil aus. Jetzt abgesehen von dem Ding, das sieht mega aus. Oh, Digga. Richtige Troller hier. Boah, Junge. Alter. Das sieht so... Das sieht so krank aus, oder? Wer hat es noch bekommen? Oh, ne FK. Ey, das ist so... Alter. Alter, ich kann es immer noch nicht fassen, ne? Ich bin so oft ruhig, weil... Es ist einfach krass. Ich kann es halt voll real einfach nicht fassen, so. Junge. Oh. Wir haben ihn. Da ist noch einer. Oh, no. Oh, no. Was ist das denn für eine Waffe? Es ist ja eine Uzi. Ach, da ist er. Dafür braucht man schon gewisse, ähm... Scheiße, 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 Scheiße. Ich stimme vor. Geil. Digga, der muss mich auch vorbeilassen. Und jetzt Explosive. Ich stecken. Boah, da kommen auch so richtige... Jo. Es ist so geil. Boah, 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 alter, wir haben ihn. Okay, das war krass. Kann man hier sich durchglitschen oder was? Yes, nice, nice. Hä? Oh Gott, er stirbt nicht. Ach, das ist eine Uzi wahrscheinlich, deswegen. So, letzte Runde, würde ich sagen. Okay, wer... Alter, das sieht so geil aus. Okay, we loaden. Die sind auf dem Dach, ne? Ich bin der Einzige. Oh Gott, oh Gott. Perfekt. Nice. Geil. Ach Gott, naja. So, ich würde sagen, das war's dann. Mit ein paar roten Bodycam. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das ist kein Lack oder Bero. Schaut auch gerne auf Twitch vorbei und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.